ja hallo meine lieben hier ist wieder eure marion von marions kreativland heute habe ich ein action hall für euch ich war beim action und zwar wollte ich nach den neuen stanzen schauen die hat xanas hobbitek vorgestellt die liebe melanie und habe ich gedacht ich wollte sowieso heute hin da fahr ich doch mal hin aber leider 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 nix aber dafür habe ich zwei stanzen für die liebe melanie bekommen die bekommt sie irgendwie bei sich nicht und da ich da war habe ich gesagt dann biete ich ihr an die mitzunehmen ja hatten sie auch tatsache da und deshalb durften die einmal mit dann hatten sie die ganz neuen blöcke habe durchgeschaut aber also war jetzt nicht so mein geschmack muss ich ganz ehrlich sagen und das sind ja die polierten die kosten ja eh nicht 1,99 sondern 2,65 und deshalb habe ich gedacht nein nehme ich mir nicht mit für ein zwei blätterkes nee das war mir und die hatten überhaupt ganz viele neue blöcke da hatten sie so kleine blöcke die hat auch die xanas hobbitek video gezeigt und dann hatten sie bei uns noch kleine mit diesen glitzer sheets diese 15 x 15 und hinten sind tatsache auch muster gewesen habe ich mir auch nicht mitgenommen weil ich einfach zu viel habe also es war schon eine menge neue sachen da aber nichts für mich ja nicht schlimm ich habe trotzdem viel eingekauft besorgungen gemacht und 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 so wir fangen mal an es gibt wieder neue aqua marker und zwar haben die hier diese man sieht das ja immer an diesen neuen das finde ich natürlich gut weil die immer neue motive hier haben ja alle sechs pakete war auch tatsache nur ein set da das war noch ein zweites mal da und ich glaube aber ein komplettes set tatsache nur dieses das ist einmal diese rot töne hier rot sage ich jetzt mal da ist natürlich ein weißer und das sieht mir auch nach braun aus aber egal dann gab es das hier ist das motiv mit einer gießkanne die blauen dann lila grün genau das war auch noch mal da ist ein tiger vorne drauf also ich finde das kann man sich immer sehr sehr gut merken die hatten nämlich die alten auch dazwischen aber die kannte ich ja nur dann hier das vögelchen mit den rosa farben und in orange gibt es zitrone und orange drauf also das war jetzt auch neu die durften mit dann gab es ich habe aber nur diese beiden farben bekommen die gab es zweimal jeweils zwei ich habe auch noch mal nachgefragt aber ich habe ja schon mal erwähnt in meinen filialen wird sich keine mühe gemacht mal nach hinten zu gehen und zu gucken die sagen immer ja wir haben weil sie auch heute ja wir haben heute ware gekriegt aber was dabei ist kann ich nicht sagen gut gibt es manche filialen die machen das bei mir leider noch nicht aber gut zwei habe ich schon mal mitgenommen und ja und dann sammelt man halt also ich kriege ja meine sechs stück sowieso von der lieben helena die hat die bekommen aber ich soll die auch besorgen und deshalb habe ich schon mal fange ich an zu sammeln so dann hatten sie hier diese gab es ja auch schon mal aber die sind mir neu weil ich habe die nämlich hauptsächlich mitgenommen weil da so kleine knöpfchen bei sind ich habe gedacht das finde ich mega schön kann man für die ja für meine baby alben super gut gebrauchen also da ist jetzt nicht so viel drin also die blümchen brauche ich jetzt nicht unbedingt blümchen diese mache ich jetzt auch nicht unbedingt im jungen album album aber hier diese pompons finde ich süß die knöpfe sowieso bänder braucht man auch immer kleine klammern bändchen hier die schleifen finde ich schön weil es ich glaube eins zwei drei vier fünf verschiedene ich glaube sind fünf stück drin und tatsache alle fünf ja und das sind blaue blätter weiß ich jetzt auch nicht ob ich die brauche aber ist ja einfach nicht jetzt ganz nett dass deshalb durfte das mit und das gleiche natürlich in pink rosa war nicht da aber das ist ja so ein mix aus rosa und pink ja hier sind dann blümchen der blümchen und blätter glaube ich ja so das durfte auch dann habe ich mir hier die die hat die liebe polina vorgestellt danke polina die hatten sie heute tatsache auch bei mir ich habe zwar ganz 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 viel davon was mir hier natürlich gut gefällt dass die schon perfekt in so einer dose sind verschiedene größen sind und die nach farben sortiert also dann brauche ich meine bunten mischmasch die kann ich dann irgendwann wieder verkaufen in meine gruppe tun und habe hier dann immer komplett weil alle farben brauche ich sowieso nicht man hat sowieso immer zu viel aber die habe ich gedacht finde ich jetzt ganz toll die fand ich jetzt auch mega schön habe ich einmal diese farbe weiß gar nicht wie viel die liebe polina hatte dann hier einmal die farben die sind natürlich nicht selbst kleben da muss man sich selber dann halt zum kleber drauf man aber haben und blau und also blau und hier so das dufte auch mit dann habe ich mir diesmal auch diese döschen ja die haben schon mehrere vorgestellt die wollte ich eigentlich nie haben weil ich gedacht habe ich habe so viel glitter tatsache ist aber dass ich nicht viel glitzer hat sondern schütteln also was man für schüttelkarten benutzen kann und ich habe euch ja jetzt in meinem letzten video die neue kooperation mit one day saving da habe ich ja die schlüsselanhänger den rest mit glitter gemacht hatte ich ja gesagt ich hatte jetzt nicht alle farben da da ist mir nämlich aufgefallen ich habe gar nicht so viel glitter farben und da waren gott sei dank hatte ich auf meinen zettel sonst hätte ich mich wieder vergessen und da habe ich mir einmal die pötte mitgenommen die da waren ist ja dieses lila rosa ton dann hier grau weiß schwarz das schwarze wie gesagt hätte ich gut brauchen können für die mini maus dann hier diese gold töne und grün blau also türkis noch so vier vierte waren da ich glaube gibt auch nur die vier und hier habe ich gedacht und die kann man natürlich auch gut ausgießen viele haben ja probleme mit dem öffnen ich bin mal gespannt die liebe polina hatte da keine probleme mit hat das da sogar noch nicht mal mit was richtig fest im rein gekloppt aber gut vielleicht sind ja auch manche dosen die vier dosen habe ich dann auch mitgenommen und was ich noch gefunden habe das fand ich ganz niedlich hier diese ja die habe ich ja auch ganz 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 viele ich mag ja am liebsten die selbstklebenden und dann hat mir das rosa hier gut gefallen weiß habe ich auch genug die hatten den blau aber das blau das war ich kann ich gar nicht beschreiben so irgendwie so nix hier aber ich will möchte ich gerne in hellblau klischee hellblau für jungs aber das passt halt zu meinen papieren für meine alben halt ne und das fand ich jetzt halt sehr schön und dass die selbstklebend ist finde ich natürlich mega so jetzt gehen wir mal zur osterabteilung ach ja genau ihre osterabteilung habe ich mir hier diese hier die gab es dann gibt es ja zu weihnachten auch da gefielen mir eigentlich tatsächlich nur die hasen die finde ich mega süß und dann gab es noch diese grünen häschen also die finde ich süß also die die küken brauche ich jetzt nicht wirklich ich glaube die verschenke ich dann irgendwie an kindergarten oder so die können damit basteln vielleicht also mir gefallen nur die hasen und alle hasen brauche ich natürlich auch nicht aber deshalb durften die dann gehen wir rüber zur kinderabteilung in der kinderabteilung habe ich bekommen diese also das war auch ein auftrag für mich ich mache zwar jetzt diamond painting aber ich brauche jetzt nicht alles habe ich dann einmal die motive hier mitgenommen da gab es sechs verschiedene drei stück habe ich jetzt mitgenommen zwei waren auftrag die habe ich jetzt mitgenommen weil das auch süße tierchen sind so dann habe ich noch mal weil die polina das gezeigt hat in ihrem video habe ich mir die auch mitgenommen ja sind jetzt auch kein schnapp 1 990 aber natürlich mega wegen den stanzen gegen den stencils hier drin also vier stück gab es dies eine habe ich nicht mitgenommen das ist an sie sachen und lippenstift und so das wollte ich jetzt nicht haben ja vorgestellt richtig hat das auch polinas und ich habe jetzt das mitgenommen weil ich bäume finde ich gehen immer dinos ja für den jungen aber die bäume und berge finde ich die kann man immer mal gebrauchen deshalb habe ich gedacht ja die nämlich mit dann so eine unterwasser welt haben wir auch sehr gut hier die korallen und so gefallen finde ich auch super ja da sind ja dann noch sticker da drin aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt die kriegt dann auch der kindergarten und dann habe ich einmal das vorne sieht ja immer so braucht man nicht aber hinten weil ich dann doch hier mit dem reh einhorn hier so viele blätter bäume regenbogen luftballons ja doch fand ich schon schön und ich glaube da sind ja auch so einige vier stück eine 655 stück ja gut da habe ich jetzt mitgenommen ich fand die jetzt schön deshalb so dann habe ich mir ja das ist ja für mich jetzt hier schlafanzug mitgenommen den fand ich ganz nett und ja meine leckerchen habe ich immer nur eine tüte mitgenommen die zwingen mich immer leer zu machen aber die mag ich sehr gerne sehr sehr gerne sind auch schön weich nicht so hart finde ich super dann durfte hier endlich diese die habe ich auch schon ganz lange auf meiner liste und zwar in vanille und dann gab es in grau ich weiß nicht welche duftrichtung das ist jetzt hatten wir aber nur vanille und so frühlingsfarben ja habe ich jetzt nicht alle gerochen passt auch nicht so hellgrün hellblau und rosa würde zum baby album passen aber nicht jetzt in mein bad oder wohnzimmer deshalb habe ich jetzt nur dieses eine mitgenommen bin ja froh dass ich überhaupt bekommen habe hätte auch wirklich nicht gedacht dass die so groß sind ich dachte eher das sind so ein bisschen klein aber ich habe die eigentlich auf die liste gehabt um die zu verschenken habe ich gedacht da bastelst du schöne verpackung drum und kannst die mal so schön verschenken kann man die natürlich auch aber die ist schon relativ schwer weiß nicht was für eine packung das sein soll aber gut so und dann habe ich noch mal masken gefunden ich habe ja damals masken die disney masken gehabt und ich habe ja davon ein album gemacht ein disney album und habe die masken dazwischen gesteckt immer ja und jetzt haben sie neue gehabt da durfte einmal also vier stück habe ich auch alle vier genommen das ist ja eiskönigin das sieht aus wie pocahontas ja könnte jetzt ariel sein kann aber auch und noch mal die jasmin von aladdin ja finde ich mal ganz schön für disney fans finde ich die super auch wenn man erwachsen ist kann man dieses netten sein ja meine lieben das war mein einkauf ja wie gesagt die stanzen habe ich leider nicht bekommen naja vielleicht bekomme ich sie besorgt das wäre natürlich mega schön weil ich habe wie gesagt auch nicht mehr so die lust immerhin zu fahren für umsonst also wie gesagt heute haben sie wirklich viele viele neue sachen da die ich aber allerdings nicht brauche und dann kaufe ich die auch nicht man hat sowieso so viel unnötigen krach ja ich hoffe mein video hat euch gefallen ich wollte auch noch mal alle 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 treuen abonnenten grüßen viele vielen 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 dank dass ihr mir so treu bleibt und dass ihr mir zuschaut und bleibt alle gesund ich freue mich dass ich freue mich dass ihr zu meinen abonnenten gehört tschüss meine lieben eure marion von marians kreativland